Da könnte ich viel mehr Zuschauer haben. Bloß es sind halt keine Games für mich. Auch wenn es Dauerbrennen sind. Auch CSGO. Ich habe CSGO. Ich habe sieben Stunden glaube ich habe CSGO gespielt. Wurde einmal durch die Wand erschossen, habe das Spiel sofort deinstalliert. Da habe ich keinen Bock drauf. Vor allem weil es auch nicht so wirklich meine Spiele sind, auf die ich abfahre. Bin jetzt der Ego-Shooter oder oder ja. Ja für mich, für mich ja eben auch nicht. Pizza und Mahlzeit und Herzlich Willkommen. Ne sind für mich auch keine Spiele. Also Minecraft überhaupt nicht. Ein Freund von mir probiert seit Jahren mich zu überreden, dass ich hier Minecraft spiele. Aber ich kann damit nichts anfangen. Ich habe mal die Demo-Version mal probiert und ne. 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 Gehe gar nicht. Ich habe früher früher zum Beispiel Counter-Strike. Das ganz erste Counter-Strike. Das habe ich geliebt. Das habe ich geliebt. Das habe ich mit Freunden. Habe ich das. Wir waren richtige Clique. Wir haben da richtig viel gezockt. Aber Anno. Ja. Anno ist auch was. Was ich total cool finde. Siedler finde ich auch cool. Wobei ich Siedler nicht so ganz. Nicht so wirklich. Linokit. Mahlzeit und Herzlich Willkommen. Also nicht so viel Spiel gespielt habe. Siedler. Anno. Ja. Cool. Also ich habe auch fast jedes Anno gehabt. Konkert. 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 Ja. Auch sehr sehr geiles Spiel. Habe ich auch gerne gespielt. Habe ich auch schon ewig nicht mal gespielt. Wäre eigentlich auch wieder mal eine Möglichkeit wie du mal wieder mal irgendwann zu zocken. Ah. Das ist ja auch cool. Zombie-Wolf. Mahlzeit und Herzlich Willkommen. Ja. Ja. Richtig. Ich weiß. Ich weiß nicht ob dir auf das noch Elisabeth was sagt. Da ist sie wieder. Juhu. Oh. Die Ella ist wieder da. Yay. Ja. So. Gucken wir mal. Aber da brauchen wir mit Sicherheit auch einen Sattel dafür. Für das kleine fiese Teil hier. Ja. Brauchen wir. Alter. Ist ja groß. Alter. Aber den möchte. Den. 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 Den möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Äh. Megatherium. Oder äh. Einen riesen Ameisenbär. Also der. Alter. Der ist mal so voll krass. Haha. Alter. Der macht mir Angst. Hahaha. Alter. Wenn sich der auf die Hinterfüße stellt. Ist das mal voll krass. Hahaha. Und hier. Einen Opa Oxy haben wir in der Base stehen. Der Opa Oxy. Unser. Unser zweiter Greif. Also ich war wieder fleißig. Nicht, dass ich von dir noch einen auf den Popo krieg. Weil ich hier. Weil ich nicht fleißig bin. Hahaha. 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 Ich muss ja. Ich muss uns jetzt dann unbedingt eine Kiste bauen, wo man alle Sättel drin sind. Nicht, dass ich, dass ich dann aus Versehen mein Sattel kräfte und mir den nicht in der Box drin liegen haben. Ja. Und alles, alles okay mit dem Bibi. Oder hat der Arzt irgendwas gesagt, dass irgendwas wäre oder. Oh nein. Nein. Boah, habe ich nochmal Schwein gehabt. Vorhin habe ich es noch gesagt, Server Restart. Ja, das ist doch super. Freut mich. Nein. Was, was hat der getan? Nee, Server Restart. So, komm. Komm mit der letzten Meldung. Jawohl, danke. Jawohl, danke. Jetzt, äh, geh mal raus hier. Haha. Jetzt, jetzt, geh mal raus. Geh mal raus. Und Pizza Hund. Alles klar bei dir? Schön, dass du bei mir im Channel vorbeiguckst. Hoffe, du hast hier auch Spaß. Mal kurz, äh, kurz, äh, kurz Pausenschild anmachen. Also, ich bleib schon noch da. Äh, weiß ich nicht, ob ich das kann. Tja. Ich weiß ja nur nicht einmal, wo du bist. Ich weiß ja noch nicht mal, wo du bist. Haha. Na, na, äh, 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 äh. Ha, 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 ha. Ja, nee, kann, kann an, kann an schon rüberkommen. An kein Ding, wenn du mir sagst, genau sagst, wo ich hin muss. Äh, äh, gar kein Problem. Oh, ja. raus und dann links am strand entlang ich glaube ich glaube ich glaube ich glaube ich weiß schon wo du ungefähr wirst du meinst du meinst den kenya mit den sandsteinen also dem ausschaut wie sandstein oder meinst du den canyon oder versteckte metallhülle weiß ich nicht erkennen jetzt sagt man nichts durch habe ich habe von der map noch nicht so viel gesehen aber wenn du sagst da ist was dann wird das schon was sein ja das tut es wenn man das ich finde ich dann schon irgendwie zwischendurch dann einfach rüber und ich habe die hülle gern also für mich für mich persönlich ist es mir wissen ja wo man unser eisen holen also für mich selber ist ist ja für mich spiel spielt keine keine rolle wo die hülle ist aber schreibe man natürlich nachher gern an so ungefähr noch eine minute dann müsste das ja mal wieder da sein sofern er nicht wieder irgendeinen mist baut unser unser server na daniel malzeit und herzlich willkommen wir haben bloß kurze pause es geht gleich weiter weil wir nicht gerade ein server restart haben und damit ihr nicht dauernd nur einen schwarzen bildschirm anschauen müsst habe ich halt mal schnell mein pausenschild reingemacht ok alles klar jungs mädels server ist wieder da wir können wieder auf dem server trainen oh ist ja cool ach schön schön voll schön voll schön ist er nicht geil joo joo voll süß so äh pausenschild raus tschak hahaha und die sieht wieder aus wie ihr vater mit hat er der komplette papa ja kann er sich wieder nicht verleugnen hat er wieder hat er wieder pech gehabt hahaha jo meine lieben wie gesagt server ist wieder da ihr könnt wieder drauf trainen aber das teil ist doch krass oder das was ich hier gerade gefangen habe ja was kann denn das viel keine ahnung das müsste ja auch irgendwie neueres sein auf jeden fall frisst fleisch also kein kein blassen schimmer also bin echt neugierig deswegen habe ich den sattel gerade gemacht weil ich mal schauen will was der was der so drauf hat ist also ein riesen ameisenbär will ich vom bildchen her würde ich sagen es ist ein ameisenbär ein riesen ameisenbär joo user disconnected from your channel ok hahaha ja auch für die neuen zuschauer mir werden die tagen tage wird es wieder ein gewinnspiel geben ja